Okay, das sieht nach einem sehr, sehr interessanten Video aus. Warum schafft es der FC Bayern München so einfach, die Bundesliga zu dominieren? Das Ganze ist leider auf Englisch, aber ich fand Titel, Fakten und alles sah so professionell aus. Ich glaube, das ist ein geiles Video. Und ich denke mal, fast jeder hier kann Englisch, dementsprechend, wir gehen rein. So. Okay, wir haben auf jeden Fall schon den einen oder anderen Transfer, den Bayern getätigt hat. Und nicht nur den Transfer, sondern halt alle von Bundesliga-Konkurrenten abgekauft. How? The question of the day. German Football isn't a Monarchy, but if it were, Bayern Munich would sit at the very top of the hill, far, far above everyone else. At the time of making this video, the Bavarian side has won. Ah ja, wir sehen hier, glaube ich, die letzten neun Jahre Bundesliga. Jedes Mal ist Bayern Meister geworden und hier sieht man auch mit wie vielen Punkten Vorsprung. Boah, teilweise mehr als 20 Punkte Vorsprung. Das ist geisteskrank. Also die einzige Saison, die knapp war, war 2018, 2019. Da waren es nur zwei Punkte. Aber ansonsten, ich glaube, selbst dort war es nicht knapp. Da hat, glaube ich, Bayern die letzten paar Spiele gejogt. Da war es trotzdem schon relativ früh klar, dass sie die Meisterschaft haben. Also, naja, in der Bundesliga ist es echt immer sehr, sehr früh klar, dass Bayern Meister wird. Gefühlt eigentlich schon ab dem ersten Spieltag. Wie kann man mit so vielen Punkten Vorsprung Meister werden? Das ist schon echt krass. Das ist ein bisschen schade. Ich würde es geiler finden, würde es richtigen Titelkampf geben bis zur letzten, zumindest bis zum letzten Spieltag, wenn nicht sogar bis zur letzten Minute vom letzten Spieltag. So, wie es früher in der Bundesliga teilweise war. Der hat von neun Meisterschaften acht mit zehn oder mehr Punkten Vorsprung. Ja, das ist auf jeden Fall schon ein guter Unterschied, wenn man bedenkt, dass hier Platz 1 und Platz 2 verglichen wird. Das ist schon ein Unterschied, ey. Okay, das ist aber, da muss man sagen, also sie dominieren ja nicht nur Deutschland. Also Bayern ist auch in Europa sehr gut unterwegs. In den neun Jahren zweimal das Triple gewonnen. Ich glaube, Bayern ist irgendwie immer das Los in der Champions League, das keiner haben will. Also wenn die Man City-Supporter sich die Auslosung angucken, denken die, glaube ich, kommen bitte nicht Bayern. Wenn sich die PSG-Supporter die Auslosung angucken, denken die, bitte nicht Bayern. Also Bayern ist wirklich, die dominieren nicht nur die Bundesliga, die sind einfach, gegen die will keiner spielen. Die sind einfach generell krass. Okay, also ja, interessant. Erstmal wird jetzt aufgeklärt, wie es dazu kam, dass Bayern so dominiert. Weil es war ja noch nicht immer so. Gefühlt zwischen dem Jahr 2000 und 2010 gab es so sechs verschiedene deutsche Meistern. Da hat man Bremen gewonnen, mal Wolfsburg, mal Stuttgart. Jeder Dorf ist immer so. Und jetzt ist es halt nur noch der FC Bayern München. Also es wird erklärt, wie es jetzt dazu kam. Es wird erklärt, was die anderen Vereine dagegen machen können. Weil sobald halt eigentlich ein Verein an der Spitze ist und jeder da hin will und die auch am meisten Geld haben. Wie willst du da denn noch rankommen? So, das ist schon schwer. Mal schauen, was er dazu sagt. So, how have Bayern Munich monopolized the Bundesliga? Bin gespannt. Yo, what is going on everyone? Hope you're all doing well. We're heading over to Deutschland for this one. If you like what you see, a simple tap of that little thumbs up goes a long way. But no pressure, of course. Let's jump right in. In the beginning, Football in Germany had to go through reform after reform due to various reasons off the pitch and on. Oh, actually, der holt ja echt richtig weit aus hier mit Bayern. Though we're not going to go into the specifics of those reasons today, we're going to kick things off here with a brief look at the early days of the Bundesliga and Bayern Munich to show how things have gotten to the point that they're at today. Okay, also müssen die echt mit zu Gerd Müllers Zeiten anfangen. Wer war noch damals da? Beckenbauer. The first recorded tournament organized by the German Football Association came about all the way back in 1903. Note that this was at amateur level though. Fast forward 50 years later in 1963 and after war, constant structuring, restructuring and Germany winning the 1954 World Cup with a team of amateurs by the way, the modern Bundesliga was born. Kind of. The league consisted of 16 teams at the time but was built for expansion. As a matter of fact, the league was actually designed based on the already established English First Division. A league that had been around since the late 1800s. Anyway, the inaugural season of the Bundesliga was the 1963-64 season. Okay, das war die erste richtige Bundesliga-Saison. Was war hinter 1963, 1964 damals? Köln. Erster FC Köln. Erster Bundesliga-Meister gewesen. Meiderich HSV. Existiert der Verein noch? HSV damals auch eher da gewesen. Das waren die guten Zeiten. Und Bayern München war ja noch nicht in der Bundesliga. Da war 1860 München. Die waren ja Gründungsmitglied, nicht Bayern München. Also ja. At the end of that first season, notice anything peculiar? Well, that's right. Bayern Munich weren't even in the league yet. Although it only took them two seasons to make the leap, as they gained promotion and entered the Bundesliga in the 1965-66 season. Okay, also als die Bundesliga losging, war Bayern noch gar nicht in der Bundesliga. Zwei Jahre später waren sie da und nochmal drei Jahre später waren sie schon Meister. Also die haben auf jeden Fall große Schritte gemacht. Closer inspection, it's not hard to see why. Two words. The axis. A term used to describe three of the very finest to ever wear the legendary Bayern strip. Gerd Müller, Franz Beckenbauer and Sepp Maier. All players at the peak of their powers during this era. Ja, wenn man solche Spieler hat, äh, ich weiß nicht, war ja wahrscheinlich Glück damals, dass sie die hatten. Wenn man solche Spieler hat, kann man auch schon mal leicht aufsteigen und leicht deutscher Meister werden. Ich meine, das sind teilweise welche der besten Fußballer aller Zeiten. Regarding Beckenbauer and Müller in particular, between 1969 and 1976, there was only one season where neither of them featured on the Ballon d'Or podium. At least one of them was always in the running, with Müller winning once in 1970 and Beckenbauer winning twice in 1976. Wie ich es gesagt habe, weiter am Ballon d'Or gewonnen. So über, das meinte er gerade, gefühlten Jahrzehnte hinweg, war immer mindestens einer von denen sogar für Ballon d'Or nominiert unter der Top 3. Kran. Okay, Franz Beckenbauer erster, Gerd Müller zweiter, Güter Netzer dritter. Junge, kann ich mir vorstellen, dass so deutsche Spieler so relevant beim Ballon d'Or sind, dass sie wirklich gewinnen können. Oh, Beckenbauer was a centre-back, by the way. A sweeper, so a bit more of an attacking role, but still, he started from the back. Müller remains, to this day, the highest goalscorer in Bundesliga history, with 365 goals. Now, Robin Lewandowski is a beast and is still active, but at the time of making this video, he would have to score 82 more goals in the German top flight to snatch the record. At 33 years old, that seems unlikely to happen, but based on the fact that he just scored 41 Goals in a single season, who's to say that he can't do it two more times at the very least? Not me. The guy's an animal. And finally, Sepp Meyer, an insane goalkeeper. He never featured on the Ballon d'Or podium throughout his career, possibly due to his position, but he did win the German Footballer of the Year Award. Ich wollte gerade sagen, als Torhüter im Ballon d'Or zu gewinnen, ist schon ganz schwierig. Es gab es, glaube ich, schon, aber es ist schon sehr, sehr schwierig, da überhaupt nominiert zu werden. Aber allein, dass da Deutschlands Fußballer des Jahres dann war, wenn es da so andere Kranke gab. Das ist geil, ey. Talk about competitive. Over the next few decades, some very strong teams came and went. Borussia Mönchengladbach experienced a few periods of dominance where they won two, even three league titles in a row. The same goes for Hamburg and even for Borussia Dortmund. These teams all had their time in the sun and understandably had to cool off after periods of blistering success, falling back and needing to rebuild in the process. However, there was one team that experienced success but just would not let up. Ja, das ist der Unterschied. Es gab irgendwie immer mal wieder andere Vereine, die gute Jahre hatten. Sei es ganz, ganz früher. Gladbach. Die haben da auch krank dominiert. Sei es, keine Ahnung, was ich vorhin genannt habe. So Wolfsburg, die mit Graffiti und Gekoman ein heftiges Jahr hatten. Aber das waren dann immer ein paar Jahre, die die Vereine stark waren. Dann waren die auch schnell wieder weg vom Fenster. Bayern ist irgendwie immer stark. Hier ist ein Fakt. Ich wollte sagen, hier ist ein lustiges Fakt. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es sehr viele Leute, die sich nicht aufpassen würden. Von den 58 Bundesliga-Seasonsen, die heute gespielt haben, haben Bayern München 30 gewonnen. Mehr als die Hilfen. 25 mehr als Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Tieden in 2. Eich mit 5. Und wie bereits erwähnt, am Tag des Videos, haben sie die letzten 9. in a row. 9. They've also won 6 European Cups since the Bundesliga was formed. The only other German teams to win it since then are Dortmund and Hamburg, with one apiece. This is ridiculous. How is this kind of dominance even possible in this day and age? Well, if you've been paying attention to how football as an industry operates over the past few decades, the reasoning for this is simple. Money and stature. Let's start off with money. Bayern are one of the most unique cases for a football club in the world from a financial perspective. In 2020, they announced that they had generated a profit on their annual turnover for 28 consecutive years. That was following a season riddled with setbacks for every club in the world due to the global illness. This is extremely impressive. Also, man kann ja gar nichts dagegen sagen. Man kann überhaupt nichts gegen Bayern sagen, würde ich auch nie machen. Also, ich sage, dass ich es langweilig finde, dass die Bundesliga so eintönig ist, aber daran ist ja nicht Bayern schuld, weil sie machen alles richtig. Also, es ist auch wichtig, dass Bayern so gut ist für die internationale Bühne, dass dort die Bundesliga so gut vertreten wird. Und man sieht es ja auch. Also, sie machen keinen Quatsch. Die Wirtschaften gut, machen regelmäßig bloß, kriegen trotzdem die besten Spieler, spielen verdammt gut. Also, sie machen einfach alles richtig. Mich würde es nur freuen, wenn auch andere Vereine in der Bundesliga genauso alles richtig machen würden. Ich meine, man sieht es ja hier. Man braucht nicht wie in der Premier League irgendwelche Scheichs, die, ja, 10 Milliarden Euro reinstecken in den Vereinen, die den Spieler kaufen. So, Bayern kann sich trotzdem mit jedem davon auf Augenhöhe messen. Das ist halt krass. Für diese Bühne zu arbeiten für so lange, auf der Level sie sind, ohne einen blip, ist just madness. Although, es sollte nicht so sein, dass es für viele Jahre zu sein, dass es für viele Jahre lang zu arbeiten, um ein Metric crap tonne zu machen. Thanks zu various sponsorships, Partnerships und Performance-Based Outcomes, sie sind in eine extremistische finanzielle Position. One indicator of das ist, dass in 2005, Bayern took auf ein 25-jähriger Loan, worth 276 Millionen Pounds, oder 346 Millionen Euro, für die construktion der Allianz Arena, der current Stadium. In 2014, sie auf ihre Loan in full paid off, 16 Jahre ahead of schedule. Basically, as of 2014, sie hat sich in den Stadien, der Stadien, hat sich in den Stadien und hat sich in den Stadien noch mehr Geld verwendet, und hat sich in den Stadien noch mehr Geld zu nutzen, um sie in den Stadien zu machen, um sie in den Stadien zu machen. Additionally, sie nicht in den Stadien von Banken für Transfers, wie viele andere big Europäische Klubs, wie viele andere Europäische Klubs, opten zu nutzen, die assets they already have, to drive their transfer activities. This is one of the ways they're able to keep their expenditure extremely low, relative to other big European clubs, of course. This is especially commendable when you take into consideration the facts that Bayern's TV-Revenue and some of their other income streams pale in comparison to other top teams in Europe. Das ist halt auch krass, also man kriegt ja nicht mal so viel TV-Gelder, Sponsoring-Gelder und 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 in der Bundesliga, kriegst du dann in der Premier League ja gefühlt schon als Abstiegskandidat, mehr als Bayern. Hey, ich dachte, guck mal, ich hab die Aussage gerade getätigt und während ich die Aussage getätigt hab, hatte ich Angst, dass ich übertrieben hab. Aber er hat zum Glück einen Graf, der komplett meine Aussage belegt. Krass. Ein von Absteigern der Premier League kriegt so viel TV-Gelder wie in Deutschland. Der Meister. Wundlos. Auch wichtig, bleiben hungrig. Weiten sich noch weiter aus. Super, weitermachen. Another explanation for why Bayern is flourishing is their transfer strategy. This explanation also ties into the stature of the club. Bayern do not spend crazy money, but are still able to sign the best players in the world and more specifically in Germany. Sure, they pay their players large wage packets in line with the rest of Europe's elite, but not a heck of a lot in terms of transfer fees comparatively. Going back a bit, I obviously don't have the stats or figures to correlate the two, but I'm pretty sure their commercial focus on Germany doesn't hurt their conversion of young boys and girls or rather future stars to Bayern fans. In other words, if you're a football fan in Germany, more likely than not, Bayern is your team. Now this, this I do have stats for. In a survey by Statistica in 2020, it was found that Bayern Munich have the most fans in Germany, with just under 23% of the fanshare in the country. To be fair, Borussia Dortmund trails just behind them at just under 22% of the fanshare. Based on that, I'll concede that perhaps while statistically correct, the point I'm trying to make here isn't definitive. But on the same note, I'll ask you this. If you're a budding, ambitious star and you crave silverware, given the chance, where would you go? To be fair, when it comes to actual professionals in the Bundesliga, you don't even necessarily need to be a fan of either of the two to make the obvious choice here. Which conveniently brings us to the next point. Only a small handful of German or Bundesliga players that Bayern have taken from direct rivals. If you're German or are connected to a German team, it's really hard to resist the Bayern appeal. And then, from the perspective of the other teams, what can they really do? Several of the players that Bayern signed from them come for cutthroat prices by European transfer standards. Robert Lewandowski, for example, probably Bayern's best and most important player over the past few years, signed from Borussia Dortmund in 2014 for the low, low price of nothing at all. So, in many cases, there isn't even the benefit of a cash injection to help bolter the team once a star player leaves for Bayern. At this point, you may be thinking, so why doesn't a Qatari, Abu Dhabi, or Saudi Billionaire buy a German team and make them a title contender? It seems to work pretty well elsewhere in Europe, right? Well, I've got news for you. 50. Wichtig und richtig. Aber gut, was er jetzt gesagt hat, er hat er kurz als Prediction gesagt, dadurch, dass jeder, der in Deutschland lebt oder die meisten als Kind Bayern-Fan sind, haben sie auch das Ziel, irgendwann, wenn sie Profi sind, bei Bayern zu spielen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ob bei den Fußballern jetzt unbedingt alle als Ziel haben, irgendwann bei dem Team zu spielen, von dem sie auch als Kind in der Bettwäsche geschlafen haben. Also, dass Bayern die meisten Fans hat, ist klar, also jeder, der so aus dem Bundesland Bayern kommt, gibt es ja gar nicht viel Auswahl, ist dann direkt Bayern-München-Fan so gefühlt. Klar, es gibt auch ein paar andere Teams, aber größtenteils. Deswegen fühlt das so krass, dass Dortmund da so gut mithalten kann. Aber, ja, weiß nicht. Er hat auch die Frage gestellt, würde man selber zu Bayern gehen? Weiß ich auch nicht. Kommt drauf an, wie gut ich mich fühle. Kann auch schief gehen. Hat man ja bei Arp oder bei anderen Leuten gesehen, die zu früh dann dort hingegangen sind. Aber, ja, wenn man das Gefühl hat, man kann einer der Besten der Welt werden, ist, glaube ich, schon Bayern eine gute Mannschaft. Wobei Dortmund halt auch, weil du dich geistkrank entwickeln kannst. Du als Youngster würde ich sogar eher sagen, ist Dortmund die bessere Wahl. Und wenn du schon richtig drin bist, wenn Dortmund dich ausgebildet hat, dann ab nach Bayern. Plus 1. A term that's been thrown around a lot, but that is obviously a foreign concept to anything football-related outside of Germany. To put it simply, and I'm quoting this directly from the Bundesliga official website, Under German Football League rules, football clubs will not be allowed to play in the Bundesliga if commercial investors have more than a 49% stake. In essence, this means that private investors cannot take over clubs and potentially push through measures that prioritise profit over the wishes of supporters. For the most part, this is a great mechanism. Bundesliga fans also have voting power to an extent on what goes on in the boardroom of their clubs, ensuring their interests are always taken into consideration. Borussia Dortmund CEO, Hans-Joachim Watzke, put it very well when describing how he felt about this rule. The 50 plus 1 rule does significantly more good than harm in Germany. Most clubs won't get a Roman Abramovich who in the first place wants to see Chelsea winning. Most of the investors want to earn money. And where do they get it from? The spectators. The rule obviously is in place to protect the culture first, and has done a great job at doing so. It's also helped tremendously in keeping the fans engaged, immersed and passionate, as evidenced by the very high fan attendance of matches. In 2017, Bayern announced that they had recorded a 100% attendance rate in their 75.000% capacity stadium for five seasons in a row. Even comparatively smaller sides, such as FC Köln or... Boah. Einfach immer ausverkauft, immer ausverkauft und voll, wenn es geht, weil wenn nicht gerade Corona ist. SC Freidberg boasts near-perfect attendance records too. But, and of course there is a but, the 50 plus 1 ruling means outside investment is extremely limited. There have been attempts to game the system though, since foreign investment is not allowed. In 2009, Red Bull, those guys that make energy drinks and sponsor demand to fall from outer space, yeah, those guys, did the next best thing. Red Bull Leipzig was formed in 2009 and began playing in the 5th division of German football, a division whereby German football league rules have no jurisdiction. They then invested heavily in the squad and club infrastructure, and by 2017, finished as runners-up in the Bundesliga. There are always loopholes, I guess. But, here's the thing. When Bayern is around, nobody is safe. Just last season, Bayern won the league with Leipzig finishing 2nd. In typical Bayern fashion, these guys not only signed very arguably their biggest competitions, two best players in Daya Upamecano and Marcel Sabitzer, they took their coach too. That is tough. The question is, what can the other teams do, to come back and compete again? The thing is, Bayern doesn't always play perfect. They have a lot of seasons, in which they play in, and they lose a lot of games. They lose a lot of games, but the competition just loses even more unnötige matches. Before we move on, it's important to note that I've only covered a small portion of what has made Bayern such a formidable force over the years. There is so much more to their winning system. They almost exclusively employ ex-Bayern players in upper management positions to ensure continuity of their philosophy. Their recruitment isn't done just to weaken their opponents, but also to ensure succession in positions that need strengthening. Bayern are extremely intelligent in how they operate and employ several tactics to maintain their success. So, the important question at this point is, what next? How do you rectify a monopoly of this nature? The potential answer here is, of course, not simple to execute, and there is also not one single answer. I mentioned the TV distribution money... It's also clear that there is no simple solution to how you can hold Bayern as a competition. I mean, otherwise the competition would have made the last nine years. But let's see what it does for actions that exist. Bayern received in 2020 earlier on. Yes, it pales in comparison to their English counterparts. But the distribution of TV revenue in the Bundesliga as a whole is extremely lopsided. So, while Bayern Munich received a comparatively low £90m for the 2020-21 season, 18th place Arminia Bielefeld received less than a third of that, just shy of £30m. The problem is that, in recent years in the Bundesliga, up to 70% of total TV revenue is distributed based on the previous five years' worth of performances, which, of course, means Bayern Munich are raking in the lion's share. In the Premier League, for example, there is a much more even distribution of TV revenue to all clubs. 50% of the domestic TV revenue is distributed equally amongst the teams, with 25% based on merit and facility fees, respectively. Facility fees are how often a team's match is shown live. 100% of international TV revenue is distributed equally. There may be flaws in this system, but it's probably as close to fair as we can expect in this day and age. But, as a matter of fact, as of this season, it seems as though there will be a more even split of the overall revenue on the cards. A blended rate of equal distribution and merit-based distribution is where things seem to be heading. Only time will tell how big of a difference this will make. Another idea that's been floated around is that of a salary cap. This would of course mean that a Bayern Munich type would not be able to lure players away by offering significantly more in wages if the cap has been hit. Two proponents of this idea are Bundesliga CEO Christian Seifert and recently former German Football Association president Fritz Keller. Pretty heavy hitters when it comes to decision making, so we'll have to see if anything happens. Although, the problem with this approach is that it would need to be continentally, even globally implemented to achieve the desired result. If I can only make 80k a week in Germany, I'll just head over to England, Spain or France, where I can earn potentially ten times that. Yeah, that's been a part of the solution for me also not so optimal. Wobei that's also both solutions, the now not so the other clubs with one beziehen, but rather the DFL or so, what the Faire-Entscheidung trifft. Or whoever else entscheidet with the TV-Gelder. First of all, that the fairer are on-site. Also, I find it even in Ordnung, if the Bayern-Spiele more Einschaltquoten have and whatever, that Bayern a little bit more from the TV-Gelder than the others. Also, ich bin ja kein Bayern-Fan, aber so laut Angebot und Nachfrage finde ich das schon fair, wenn die da ein bisschen mehr Geld bekommen. Und was halt Gehaltsobergrenze angeht, finde ich auch Quatsch. Dadurch, ja, wie er gerade schon gesagt hat, wenn man in Deutschland maximal eine Million pro Monat verdienen kann, aber der gleiche Spieler in England Angebote mit fünf Millionen pro Monat, ja, was auch immer bekommt. Also, wenn er einfach in einem anderen Land viel mehr Geld kriegen kann als in Deutschland die Höchstgrenze ist, dann werden doch alle Topspiele aus Deutschland weggehen. Ist doch kacke. So, dann sind wahrscheinlich irgendwann alle Teams auf einem Niveau in Deutschland, alle 18 Teams in der Bundesliga sind gleich gut, aber alle sind, äh, international gesehen dann schlecht, hä? If I'm the best, that is. Natürlich, the bureaucracy behind implementing a salary cap likely makes it an unattractive option, but who knows. And finally, there are many, many different options that have been proposed over the years to help close the gap between Bayern and the rest. The most obvious is one that has been floated since the introduction of the ruling in 1998, abolishing, or at the very least relaxing, the 50 plus 1 ruling. This is a contentious one. The problem with this quote-unquote solution is that it goes against the very nature of German footballing culture. If any change were to come about in the Bundesliga, I would suspect that 50 plus 1 would be amongst the last to go. In any case, the gap between Bayern and the rest is frustratingly huge to many. Of course, football is unpredictable, and perhaps Borussia Dortmund or even RB Leipzig could have an incredible season and pip them to the title. But other than a flash-in-the-pant season, it's difficult to see another team rising up and overthrowing them indefinitely. I guess time will tell. And... Ja, also letzte Lösung für jetzt auch nicht optimal, dass einfach jetzt jeder irgendwelche Milliardäre im Rücken haben kann, die, was weiß ich, wie viel Geld reinstecken. Also klar, es gibt jetzt schon Vereine wie Bayer Leverkusen und Bayer Konzern, Hoffenheim mit Hoppe im Hintergrund und Leipzig mit Red Bull. Aber da ist es ja auch irgendwie geregelt, dass sie nicht einfach 5 Milliarden reinstecken können, sich kurz alles holen, was sie wollen. Also das ist ja auch ein bisschen reguliert, glaube ich. Auch keine so geile Lösung. Weil Bayern, also es ist halt auch irgendwie unfair, wenn die sich das so über 30 Jahre aufgebaut haben, was sie jetzt haben. Und dann... Joa, andere Vereine auch mal mehr Geld haben aufgrund eines Investors. Auch nicht so cool. Also ich finde trotzdem, es kann schon passieren, wenn wirklich mal Leipzig oder Dortmund eine perfekte Saison spielt, dass jetzt in den nächsten Jahren einmal ein anderes Teammeister wird. Aber die müssen dann wirklich eine perfekte Saison spielen. Und ich glaube, das Jahr danach wird Bayern dann wieder Meister. Aber... Ja. Und there we have it. What do you guys think of the Bundesliga? What do you think of Bayern Munich? Do you think anything can be done to loosen their stranglehold on German football? Feel free to leave any thoughts you have in the comments below. Anyway, that's all from me today. Really enjoyed putting this one together. Trust you're all having a fantastic day. Cheers and I'll catch you in the next one. Ich bin auch sehr gespannt, ob wenn ich irgendwie 50 Jahre alt bin, ob dann Bayern immer noch so der absolute Top-Club in Deutschland ist und ob da keiner rankommt oder ob es dann vielleicht ein paar andere Clubs gibt, die ähnlich gut sind oder vielleicht sogar besser. Ja, aber war ein sehr cooles Video.